Die dritte Staffel von The Mandalorian nimmt immer wie mehr Fahrt auf. Gerade in der letzten Episode sahen wir so unglaublich viele Mandalorianer, die zumal verschiedenen Häusern angehören und dann auch noch verschiedenen Fraktionen. Daher dachte ich, dass ich in diesem Video einmal alle bekannten mandalorianischen Fraktionen zusammenfasse. Viel Spaß! Zuallererst ist es wichtig, dass man weiß, dass das Haus und die Fraktion, wie vorher angesprochen, nicht dasselbe ist. Denn Pre-Wizsler und Tar-Wizsler gehörten zum Beispiel beide dem Haus Wizsler an, Pre-Wizsler war allerdings ein Mitglied der Death Watch, während Pass-Wizsler ein Mitglied der Kinder der Watch ist. Auch Clans wie der Clan Ren werden in diesem Video nicht erwähnt, da es wirklich nur spezifisch um Fraktionen geht. Beginnen wir also direkt mit der wohl kontroversesten Fraktion, der Death Watch. Sie wurden von einigen verachtet, aber auch von vielen als die einzigen wahren Mandalorianer angesehen, da die Death Watch von Clan-Wizsler erschaffen wurde. Im Kanon war der Gründer der Death Watch Pre-Wizsler, der ein Nachkomme von Tar-Wizsler war. Dieser war sowohl ein Jedi als auch ein Mandalorianer und erschuf das sagenumwobene Dunkelschwert. Eines Tages kehrte er nach Mandalore zurück und vereinte genau mit diesem Schwert seine Leute. Viele Jahrtausende später war es wie angesprochen Pre-Wizsler, der die Death Watch gründete. Am Anfang noch beliebt und da es die Befreiung von Mandalore angesehen, wurde sie spätestens nach Pre-Wizslers Tod und der Übernahme von Maul nur noch als eine Terrorgruppe angesehen. Als nächstes hätten wir die neuen Mandalorianer. Die neuen Mandalorianer können nicht näher, aber gleichzeitig auch nicht weiter von den ursprünglichen Mandalorianern entfernt sein. Zum einen vertreten sie die alten Werte, trugen gleichzeitig aber keine Rüstungen und waren Pazifisten, wie zum Beispiel Satine Christ, die Herzogin von Mandalore. Auch wenn sie teilweise wie angesprochen Wert auf die alten Werte setzten, waren sie aber ganz klar modern, da sie eher den wirtschaftlichen, politischen und ökonomischen Bedachtenweg als den kriegerischen gingen. Sowohl das Plünden von Welten als auch das Schmieden von neuen Rüstungen hatte für diejenigen, die Satine folgten, ein Ende. Das war ein Denken, das nicht bei allen gut ankam, aber um mehr zu erfahren, schaut euch am besten die Animationsserie The Clone Wars an, wo es wirklich unglaublich geniale Story-Arcs zu den neuen Mandalorianern und auch zu dessen Rivalität zu der Death Watch gibt. Kommen wir nun aber zu einer sehr bedeutenden Fraktion für die Serie The Mandalorian, und zwar zu den Kindern der Watch. Dieser Fraktion gehört auch den Jiren an, und es ist quasi eine Untergruppierung der Death Watch. Denn die Kinder der Watch wollen zurück zu den orthodoxen, altertümlichen und religiösen Zeiten. Es ist also quasi eine neue Death Watch, die jedoch noch viel mehr die alte Tradition wahrt. So ist es zum Beispiel verboten, den Helm abzunehmen. Als nächstes haben wir die Nachtäulen. Eine Gruppierung angeführt von Lady Bo-Katan-Cries. Bo-Katan gehörte den Death Watch an und war ihrem Anführer Prie Wizzler treu ergeben. Als dieser von Maul getötet wurde, wollte sie Maul jedoch nicht folgen und setzte sich mit ihrer eigenen Untergruppierung der Death Watch, die bekannt als die Nachtäulen waren, ab. Als sich die Republik in das Imperium umwandte, weigerte sich Bo-Katan jedoch, sich dem Imperium anzuschließen, und sie musste fliehen. Erst Jahre später gelang es ihr mit dem Dunkelschwert, das sie von Sabine Ren erlangte, ihre Leute wieder zu vereinen, bevor Mandalore vom Imperium bombardiert wurde. Als nächste Fraktion hätten wir die Beschützer. Die Aufgabe der Angehörigen dieser Fraktion war es, eigentlich einfach den Thron zu beschützen. So viel ist im Kanon bekannt. In Legends ist diese Geschichte viel interessanter, da wurden die Beschützer von dem ehemaligen Arc Trooper Alpha-02 gegründet und waren wirkliche Beschützer, da es sich bei ihnen fast schon um Elite-Soldaten handelte. Zu guter Letzt hätten wir auch noch die Imperialen Superkommandos, eine mandalorianische Fraktion, die das Imperium unterstützte, angeführt von Gar Saxon. Was sie abgesehen von ihrer Loyalität zum Imperium von allen anderen unterscheidet, ist ihre weiße Rüstung und das Nichtbefolgen von Bräuchen und Kodexen. Das waren alle bislang bekannten Fraktionen im Kanon, nun gibt es aber wegführende noch einige nennenswerte Fraktionen in Legends. Da hätten wir zum Beispiel die mandalorianischen Crusader, diese wurden 7000 Jahre vor der Schlacht von Yawin von Mandalore I. gegründet, der zuvor angeblich einen Mythosaurier besiegte. Sie kämpften in dem großen Sith-Krieg und waren dafür bekannt, dass sie Wert auf Rom und Ehre legten, die sie in der Schlacht erbeuteten. Der direkte Nachfolger dieser Fraktion waren die mandalorianischen Neo-Crusader, angeführt von Mandalore dem Ultimativen, die die Galaxis mit den mandalorianischen Kriegen überzogen. Eine sehr bekannte Fraktion in Legends sind auch die wahren Mandalorianer, die in Legends von der Death Watch ausgelöscht wurden. Die wahren Mandalorianer stiegen aus dem mandalorianischen Kriegen als neue Fraktion hervor und standen für die Werte von Ruhm, Ehre und Stärke ein. Dieser Fraktion gehörte auch Heinz Jango Fett an, da er ein Findling war und von dieser Fraktion aufgenommen wurde. Aber das waren sie dann auch schon, alle bekannten mandalorianischen Fraktionen. Habe ich eine vergessen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare und schreibt mir doch auch einmal gerne in die Kommentare, welche Fraktion eure Liebste ist. Und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video.